Dieser Traum wird wahr Der ehemalige englische Nationaltrainer Sven Gören Eriksson ist todkrank. Er leidet an unheilbarem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Als erster ausländischer Nationaltrainer schrieb der 76-Jährige Geschichte und blickt auf eine erfolgreiche Trainerkarriere zurück. Doch einen Traum hat der Schwede noch immer, einmal Trainer vom FC Liverpool zu sein. Und Träume werden manchmal wirklich wahr. Der LFC erfüllt ihm diesen Herzenswunsch am 23. März. Eriksson darf den FC Liverpool im Benefizspiel gegen Ajax Amsterdam einen Tag lang trainieren und sein Lebenswerk als Trainer vollenden. Kein Ticket? Kein Problem! Dieser Liverpool-Fan hat eine irre Idee. Er schnappt sich sein Flugzeug und genießt das Spiel, ja genau, aus der Luft. Genüsslich isst er dabei seine Chips und dreht ein paar Runden über dem Anfield-Stadion. Ach wie schön, Fußball schauen mit traumhafter Aussicht.